Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 auf der Nordfrischmarkt hier für einen wunderschönen guten Tag wünsche euch. Ich habe in der Zwischenzeit schon einen coolen Sammelwagen gekauft, den es nirgendswo zum Herunterladen gibt, weil der ein cooles Feature von mir hat. So, dann geben wir dieses Bike mal auf Sammlerstraat. So, what is das denn, das geht's way. Don't. Oh, den Stein wir gleich ein. Oh, den Stein wir gleich in den Tools haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann können wir den schon mal abdanken. Vielen Dank. 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 So, dann können wir da schon mal in die Plata schneiden. So, so... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das heißt dann Hubsilo Abnahmen. 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 So, das heißt dann Hubsilo. 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 So meine Lieben Freunde, wenn ihr euch die Fall habt, lasst ein Abo und ein Like. So meine Lieben Freunde, wenn ihr euch die Fall habt, lasst ein Abo und ein Abo und ein Abo.